Ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Celebrate Your Passion Seelenbotschaft. Und dieses Mal für den Februar, den März ist die Zeitqualität und ich freue mich schon sehr, diese Botschaften mit euch zu teilen. Und vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Am Anfang werde ich über die allgemeine Zeitqualität sprechen. Dann kannst du jetzt schon mal ein bisschen spüren, wo es dich mehr hinzieht, die 1, 2 oder 3 oder eine Kombi davon. Und danach werden wir auch gemeinsam wieder das Bewusstseinsfeld, Berufungsbewusstseinsfeld erweitern. Und ganz zum Schluss gehe ich noch auf eure persönlichen Fragen ein. Also schreibt schon mal rein in die Kommentare, welche Zahl ihr euch wünscht, wo ihr euch hingezogen fühlt, wo ihr merkt, es drängt, es zieht. Und ja, wie gesagt, zum Schluss auch die Kommentare und die Fragen gerne zum Schluss. Ich würde aber am Anfang jetzt erstmal auf die Botschaften eingehen, weil ich bin echt total aufgeregt und freue mich sehr, diese mit euch zu teilen. Es ist mir nämlich so ein Bedürfnis, genau zu diesen Themen wirklich, ja, das mit euch zu teilen. Ah, ich sehe schon hier, ihr schreibt ja schon fleißig die Zahlen rein und ich kann euch schon sagen, was ich hier schon sehe, das passt schon ganz gut, ja. Also, legen wir gleich los und ich habe hier ja meinen Spickzettel, wo ich mir anschauen kann, weil ich nichts vergesse, weil es ist doch recht umfangreich, dieser Impuls. Und die große, große Überschrift lautet, Achtung, es darf einfach sein. Ey, lass das mal, lass das mal auf dich wirken. Und ich glaube, viele sagen jetzt, ja, ja, es darf einfach sein, wenn es da nur so einfach wäre. So, diese Botschaft war letztes Mal, in der letzten, ja, Botschaft, die ich mit euch geteilt habe, war die, ich glaube, die dritte individuelle Botschaft. Aber sie zieht sich schon ein bisschen länger durch und sie war jetzt ganz, ganz kraftvoll. Nämlich auch wieder die Fragestellung und dein Bewusstsein dafür zu entwickeln und die Frage wirklich an dich, ist dir eigentlich wirklich bewusst, welchen Kraftaufwand du betreibst, dass du nicht du selbst bist, dass du nicht deine Berufung lebst, dass du nicht das machst, was du wirklich willst. Ja, dieser Kraftaufwand ist riesig. Und weißt du, warum ich das weiß? Der Punkt ist nämlich der, wenn wir uns selbst folgen, dann ist das, dann fließt es, dann ist es einfacher. Ich will nicht sagen, dass das Ganze dann, die ganze Situation immer viel einfacher ist. Die Aufgaben, die können sehr herausfordernd sein, aber sie sind trotzdem meine und ich habe das Gefühl, ich mache das für mich. Es ist meins, ja, auch wenn etwas meins ist, kann es durchaus herausfordernd und auch vielleicht auch anstrengend sein. Aber wenn es mich erfüllt, dann ist es meins. Und alles, was dich nicht erfüllt, bedeutet in der Konsequenz, es ist immer ein Wegweiser, dass du das sozusagen, dass du mal genauer hinschaust. Und außerdem haben wir wirklich gerade hier in unserer westlichen Welt, es ist wirklich, es ist echt ein Phänomen. Wir machen uns das Leben brutal schwer. Die Leute sind, viele Leute sind wirklich, haben ihren Fokus auf das, was nicht funktioniert und zwar mit einer Vehemenz. Die ist echt unglaublich. Ja, nochmal so ein kleines Beispiel, wie das auch ist. Also wirklich, es geht wirklich so darum, die Ausrichtung. Also wo richte ich meinen Fokus hin? Ja, und die Aufforderung ist auch wirklich, die ich auch spüre und das ist auch, das hatte ich auch schon in der Jahresbotschaft, habe ich das schon ganz klar und deutlich gesagt. Es geht um die Ausrichtung deiner Energie und zwar in die Ausrichtung in die Freude. Und wenn du jetzt denkst, das ist ja alles ganz nett, aber was hat das mit meinem Berufungsbusiness oder mit meinem Seelenbusiness, Herzensbusiness zu tun? Dann sage ich dir, es hat eine Menge damit zu tun. Es ist deine Grundlage. Wenn du nämlich hier zuschaust, dann wünschst du dir kein 0815-Business und du willst auch nicht mehr hart arbeiten. Du willst, dass es einfach fließt, dass es aus dir herauskommt, dass es Erfüllung ist, dass du fast einen Orgasmus kriegst bei dem, was du tust. Dass es kribbelt. Kennst du das überhaupt noch, dass dein Herz, wirklich dein Herz und ich meine wirklich jetzt dein Herz, dass es für Aufregung richtig kribbelt. Und nicht, weil du verliebt bist, sondern weil du einfach eine Aufgabe hast, etwas tust, was dich wirklich erfüllt. Und wie oft hast du dieses Gefühl? Wie oft erlaubst du dir das überhaupt? Und wenn du das in deinem Business umsetzt, wenn du das in deinem Business lebst, dann ist es das Allerhöchste. Und darum geht es, um diese konstante Ausrichtung auf das, was dich erfreut, was dir Freude macht, was deins ist. Und nicht nur ab und zu. Ich sehe das bei einigen und ich kann es gut beobachten, auch auf der Berufungslounge ist es häufig so, da, ja, ja, na klar, ich mache jetzt, was mir Freude macht, dann wird ein paar Tage nach so einem Coaching oder nach Q&As oder irgendwie, wird dann so ein bisschen etwas gemacht, was einem Freude macht und dann flacht es wieder ab, weil irgendetwas dazwischen gekommen ist, was vielleicht dich herausgefordert hat, mal nicht in der Freude zu sein. Und genau an dem Punkt bist du herausgefordert, dich wirklich auszurichten. Weil das, was du tust, jetzt ist genau dasselbe. Du richtest dich auch aus. Du richtest dich darauf aus, was nicht Freude ist, was du nicht bist. Und ich sage es dir nochmal, diese Kraftanstrengung ist viel, viel, viel größer. Und deswegen fühlen sich viele Menschen total am Arsch. Deswegen gucken viele um 20 oder 20 oder 15 oder wann auch immer die Filme kommen. Oder mittlerweile streamen wir ja nur noch irgendwelche Serien, ja, auf Amazon oder Amazon Prime oder wo auch immer, ja, Netflix und so weiter. Der Punkt ist der, wir verkriechen uns. Wir verkriechen uns, anstatt wirklich in jeder Phase unseres Seins wirklich das alles zu erleben. Auch und vor allen Dingen in unserem beruflichen Wirken. Und genau da kannst du dein Leben wirklich rocken. Dein Business, ja, oder das, was du tust. Egal, ob du es alleine machst oder mit jemand zusammen oder wie auch immer. Aber, guck, wirklich, die Freude sollte an allererster Stelle stehen. Du solltest dich ständig fragen, macht mir das Freude? Oder bin ich hier in einem, ich würde ja gerne, aber. Dieses Aber bedeutet, dass du glaubst, dass die Realität da draußen dich bestimmt. Und das ist nicht wahr. Es ist umgekehrt. Du aus dir heraus bestimmst deine Realität. Und solange du das nur theoretisch verstanden hast und es nicht mit Praxis füllst, ist es wirklich ein nettes Spielzeug. Und nicht mehr. Ja, das bedeutet, wirklich, richte dich aus. Ja, weil, also wirklich auf die Freude, weil die Freude, also das, was dich wirklich erfreut, Klartext, da spricht deine Seele mit dir und sagt dir, das bist du. Das ist das, was deins ist. Deswegen macht es dir Freude. Das muss jemand anders keine Freude machen, ja. Vielleicht denken andere, ich denke auch an manchen Sachen, ja, was mein Sohn macht oder mein Freund oder meine Freundin oder wie auch immer. Oder meine Eltern. Was haben die davon, ja? Wie macht es Freude? Aber es macht denen Freude und dann ist es genau richtig. Ja. Und der Punkt ist der, ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, weißt du, warum es meistens auch so anstrengend ist, ja. Also auch gerade, wenn du zum Beispiel deins gefunden hast und denkst, ja, ich mache das ja jetzt, ja. Und ich will ja meins leben und ich will ja Freude und so. Habe ich ja alles irgendwie verstanden. Okay, verstanden ist aber noch nicht Integration, ist noch nicht ganz angekommen. Der Punkt ist nämlich der, dass wir, und das ist hartnäckig, ich weiß, dass das schwierig ist und ich kenne das ja auch von mir. Es ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie außen vor bin und mit den Themen nichts zu tun habe, ja. Ganz im Gegenteil. Vor allen Dingen weiß ich, dass wir Menschen so konditioniert sind, dass wir versuchen, durch Tun unser Sein zu kompensieren. Ganz abstrakt gesprochen, ja. Aber im praktischen Sinn bedeutet das, dass wir dem tun. Also wenn ich etwas tue, sozusagen, wenn ich mich ganz besonders viel anstrenge, ganz besonders viel arbeite, dann werde ich auch erfolgreich. Ich kann dir sagen, das funktioniert auch. Das ist nämlich auch eine Ausrichtung. Also Energie, ja, folgt der Aufmerksamkeit. Ich kann dir eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Da war ich noch sehr, sehr jung und ich wollte unbedingt, unbedingt, ja, Kauffrau in der Grundstück zur Wohnungswirtschaft werden. Ich weiß nicht, wie der Beruf heute jetzt ist. Ich habe das schon längst aus den Augen verloren. Aber damals war es tatsächlich so, dieser Beruf, den gab es noch nicht lange. Er war sehr speziell. Er war sehr umfangreich und er war der am höchst dotiertesten kaufmännische Beruf, ja, den man zu dem Zeitpunkt zumindest mal lernen konnte. Und er war sehr anspruchsvoll. Und der Punkt war der, wie gesagt, es war noch ganz am Anfang und es gab so gut wie keine Ausbildungsstellen. Also hier der ganzen Rhein-Neckar-Region gab es zu dem Zeitpunkt, also für drei Jahre, gab es vier Ausbildungsplätze in der ganzen Region. Und ich spreche jetzt hier wirklich Mannheim, Ludwigshafen bis fast nach Frankfurt. Also nicht ganz Frankfurt, aber so, also wirklich so die ganze Region. Und ich wollte das unbedingt. Ich bin irgendwie durch Zufall in Anführungsstrichen da drauf gekommen. Und dann muss man ja damals ja auch, muss man ja zur Arbeitsagentur und diese Berufsberatung damals machen. Und die haben mir irgendwas erzählt. Ich sollte irgendwie zu Bank, Versicherung oder Spedition oder so, ne, Kauffrau. Oder ich sollte studieren. Und ich denke, ich will wieder in die Spedition. Da ist es immer viel zu kalt, ja. Und Bank, die sind immer nur geschniggelnd und geschnaggelnd angezogen. Und Versicherung, ich habe doch keine Lust, irgendjemand eine Versicherung zu verkaufen. Ja, aber das wird zu mir passen und so weiter. Und ich sage, nee, ich will das werden. Dann haben die gesagt, das ist nicht möglich. Das geht einfach nicht. Das werde ich nicht erreichen, ja. Und naja, ist egal. Wollte ich nicht wissen und ich habe alles unternommen. Und ich habe, da es ja keine Ausbildungsplätze in dem Sinn gab, habe ich Unternehmen angeschrieben, wo ich davon ausging, dass sie sowas ausbilden könnten. Und ich habe wirklich alles gemacht, damit ich das erreiche. Und es hat Absagen noch und noch gehagelt. Und ich muss dazu sagen, ich war ganz gut damals in der Schule. Aber das war nicht der Punkt. Ich war damals junge Mama schon. Also ich bin ja sehr junge Mutter geworden. Und jeder hat gesagt, also schon allein diese Situation, die Ausbildungssituation an für sich. Und dass du auch noch junge Mutter bist. Du hast keine Chancen. Wenn, dann nehmen die ganz andere. Und es war auch so. Ich habe tatsächlich eine Absage, die ist ganz konkret. Ja, sie passt ja eigentlich ganz gut. Aber das können wir nicht. Was ist, wenn ihr Kind krank wird und so weiter. Und gerade diese Ausbildung, die fordert viel. Und ich musste ja auch damals in Frankfurt in die Schule gehen. Also es war jetzt nicht so, dass die Berufsschule direkt nebendran war. So, ich immer noch nicht. Ich war stur. Und ich habe gesagt, ich schaffe das. Ich dränge mich total an. Und ich kriege es hin. Kurzum, ich habe es geschafft. Mit der letzten möglichen Bewerbung, die ich geschickt hatte, habe ich ein Vorstellungsgespräch. Und die haben wir am selben Tag noch auf den Anrufbeantrag. Also wirklich zu Hause. Nein, nein, stimmt nicht. Ich habe nicht Anrufbeantrag. Meine Mutter hat es entgegengenommen. Und die hat mir es gesagt. Die hat mir noch angerufen, bevor ich zu Hause war. Auf jeden Fall, ich habe diese Ausbildung dann gemacht. Was will ich sagen? Ich war so konzentriert, so fokussiert. Und es war genau so, ist es gekommen. Das heißt, ich wollte das unbedingt machen. Ich wusste, wenn ich mich ganz besonders anstrenge, Achtung, dann schaffe ich das. Und genau so ist es gekommen. Heute ist es ein kleines bisschen anders. Heute will ich mich nicht mehr besonders anstrengen. Heute will ich, dass es einfach geht. Und genau so ist es heute. Heute, wenn ich etwas erreichen will, dann ist es einfach für mich, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich will jetzt nicht mehr kämpfen. Damals war ich noch der Meinung, wenn ich mich ganz anstrenge, dann schaffe ich das. Egal wie. Das, was du wirklich im tiefsten Inneren glaubst, das, was deine Ausrichtung ist, das ist konkret in deinem Leben. Das kannst du jetzt glauben oder nicht. Ich könnte dir zig Situationen schildern. Der Punkt ist aber, dass wir jetzt immer mehr aufgefordert werden, dass wir uns erlauben, dass es einfach ist. Das war eine Geschichte wirklich aus der Steinzeit. Das ist vor über 30 Jahren gewesen, diese Situation. Vor 30 Jahren ungefähr. Nee, noch nicht ganz 30 Jahre. Jetzt habe ich mich fast entlang gemacht. Okay, egal. Auf jeden Fall ist es schon wirklich uralt und Steinzeit mäßig. Aber der Punkt ist der, wenn du hier zuschaust, dann bist du in einem Feld und wünschst dir dieses, du kannst es ja vielleicht auch mal in die Kommentare reinschreiben, willst du wirklich diese Leichtigkeit, will die aus dir heraus, willst du, dass dein Business, das, was du beruflich machst, willst du, dass es einfach ist, dass du im Flow bist, dass du ja vor Verzücken dahin schmilzt, ja. Und dass alles irgendwie sich so einfach in deinen Alltag auch einfühlt. Genau darum geht es. Wenn du diesen Wunsch hast, dann hast du auch die Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Ja. Ja, es liegt wirklich an dir. Es ist eine Ausrichtung. Ja. Und deswegen verschwende deine Zeit nicht mit extremen Tun, sondern fokussiere dich erstmal auf deine Innenwelt. Entdecke das, was aus dir heraus will. Weil wenn du alles versuchst, wenn du sozusagen, das klassische Beispiel hier ist ja wirklich diese, ich mache alles Mögliche im Marketing. Ja, ich mache Webinare, Verkaufswebinare und ich habe 20.000 Freebies und ich habe das gemacht und das gemacht und die Liste aufgebaut und das und bla und blub und überhaupt. Und verkaufen tue ich irgendwie nichts. Es klappt irgendwie nicht so richtig. Und ich kann so gut wie immer, gerade im Einzelcoaching, wenn ich das mache, manchmal nehme ich, wenn ich dann mit Kunden so zwei, drei Tage wirklich zusammenarbeite, da gehen wir oft genau in diese Themen hinein. Und da ist es nämlich der Punkt, dass wirklich diese Anstrengung, die ist, die beruht so gut wie immer zu 99 Prozent auf dem mangelnden Glauben, dass es einfach sein kann. Dass sozusagen, dass das Wissen ist da, ja, es geht von innen nach außen, aber es ist noch nicht wirklich angekommen. Wir versuchen immer noch, wie gesagt, durch diese Aktivitäten, dieses mangelnde Vertrauen, ja, dass es einfach geht. Dass ich mich sozusagen darauf konzentriere und dass ich vertrauen darf, dass das Universum oder Gott oder das Feld, wirklich dieses Feld der unendlichen Möglichkeiten mir genau das bringt, wo ich sozusagen in dieser Frequenz bin. Wenn ich denke, es ist anstrengend, ich muss viel tun, dann wirst du auch genau viel tun, dass dein Business sozusagen läuft und dann wird es auch so funktionieren. Aber wenn das nicht in dir ist, wenn du dich laut so voll davon hast, wenn du es einfach haben willst, dann erlaube es dir auch, dass es einfach ist. Geh in dich und schau, wo betrügst du dich selbst? Willst du zum Beispiel diese Art des Verkaufens machen oder die Art, dich so zu präsentieren? Willst du deine Homepage so gestalten, wie dir irgendein Homepage-Guru gesagt hat? Und so weiter. Ist das deins? Solange das, was in dir ist, nicht mit dem kompatibel ist, was da draußen ist, wird es immer eine Störung geben. Wirst du nie erfüllt sein? Wirst du nie, wird es nie einfach sein? Ja? Also, schau nach innen. Was ist da? Was möchte aus dir heraus? Nimm dir Zeit für deine Berufung, ja? Weil letztendlich geht es genau darum, im Kern geht es wirklich darum, dir Zeit zu nehmen, zu spüren, was dir deine innere Stimme sagen möchte, was dein innerer Ruf ist, was da heraus möchte. Und dann wirklich dir selbst zu vertrauen. Das ist der Punkt, ja? Wenn du das, wie gesagt, nicht tust, dann ist es ein ewiger Tanz, der dich wirklich extrem herausfordert, ja? Okay. Und wenn du das eben so nicht tust, also wenn du immer sozusagen in diesem Tun bist, ja? Und das mit allem Möglichen, also das ist ja oft so, je weniger wir glauben, dass es funktioniert, desto mehr kommen wir ins Tun, ja? Und ich habe das irgendwann, das habe ich für mich irgendwann regelrecht geschnallt, ja? Und habe gedacht, Moment, das ist doch total bescheuert. Also, es ist ja wie so ein Hamsterrad, ne? Also, ich glaube es nicht, also deswegen mache ich mehr, anstatt zu sagen, stopp, hey, peace, ja? Ganz ruhig, wirklich Frieden und runterkommen. Und erst mal schauen, an was hängt es denn jetzt? Warum glaube ich das nicht? Oder was hat mich hier rausgehauen? Anstatt dann noch eine Aktivität und nochmal und noch günstiger zu machen. Das kann man so schön beobachten in manchen Situationen. Okay, das hat nicht funktioniert und das ist bei ganz vielen, dass sie dann sagen, okay, ich habe mein Produkt nicht für, keine Ahnung, für 2.000 Euro verkauft. Das hat nicht funktioniert. Deswegen mache ich es jetzt günstiger, ja? Mache ich es für, keine Ahnung, 1.500 oder 900 oder irgendetwas. Und ich sage dir, wenn du das machst, dann ist meistens der Mangel daraus und es funktioniert nicht. Du wirst weniger verkaufen. Ich rate dir, in diesem Fall, wenn du nichts verkauft hast, zu sagen, okay, Moment, stopp, ich würde sagen, geh mir den Preis hoch. Geh auf 3.000, ja? Und fordere dich heraus. Bist du das nicht wert? Ist es das, was du zu geben hast, nicht wert? Das ist jetzt nur so ein Beispiel, ja? Aber das ist echt spannend. Anstatt wirklich mit dem Preis runterzugehen, frag dich, warum willst du mit dem Preis runtergehen? Glaubst du wirklich, dass wenn du mit dem Preis, dass Menschen es nur am Preis fest machen oder hast du etwas zu bieten, was nur am Preis fest zu machen ist, dann solltest du vielleicht an deinem Produkt, ja, wirklich mal darüber nachdenken. Vielleicht ist es ja wirklich austauschbar und dann geht es tatsächlich vielleicht nur an deinem Preis. Aber Fakt ist, wenn wir uns erlauben, wirklich unsere Einzigartigkeit in unseren Dienstleistungen, in unseren Produkten und so weiter, wirklich rüberzubringen, dann ist das, dann ist es einzigartig und dann hat es auch einen bestimmten Wert, ja? Okay, also, meine konkreten Empfehlungen sind, entscheide dich, das ist das allererste, entscheide dich dafür, dass es einfach sein darf. Und ich meine wirklich ernsthaft. Glaube, dass es einfach sein darf. Mach daraus wirklich eine neue Religion für dich, ja? Geh wirklich aus der Anstrengung raus und geh rein in die Freude. Zelebriere so oft wie möglich Dinge, die dir Freude bereiten. Das ist der perfekte Nährboden. Freude und Dankbarkeit ist sozusagen die Frequenz, in der du am schnellsten das erreichst, was du erreichen möchtest. Es ist anders nicht möglich. Sonst wirst du immer in einem gewissen Mangel sein und du wirst nie das erreichen, was du möchtest. Deswegen konzentrier dich nicht mehr erstmal auf deinen Wunsch, sondern schau, dass du in eine gewisse Energiefrequenz kommst. Und aus dieser Energiefrequenz, wo es dir dann besser geht, ja, dann sozusagen den nächsten Step zu gehen. Und so kannst du wirklich das auch steigern, ja? Also wenn es dir jetzt besonders schlecht geht, dann ist es vielleicht schwierig, dass du super glücklich wirst von jetzt auf nachher. Aber du kannst vielleicht, es ist nicht unmöglich, aber es ist vielleicht anstrengend für dich. Deswegen geh wirklich in Schritten, einen Schritt nach dem anderen, ja? Dehn dein Freudefeld oder dein Freude-Energie-Level sozusagen immer mehr aus, ja? Okay, so, das Zweite ist, der Weg ist wirklich vom Sein ins Tun. Das heißt, nochmal, nimm dir Zeit, wirklich um zu entdecken, was deins ist, was deine Berufung ist. Denn wirklich deine Berufung, deine gelebte Berufung ist der, Achtung, jetzt piep, 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 ganz groß, ja? Der Garant, 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 Garant für deinen Erfolg und für deine Erfüllung. Also Berufung ist der Garant dafür. Deine Berufung, das ist eine Formel, das ist einfach eine Formel, ja? Es kann nicht anders sein. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du dem Ruf von jemand anderem folgst. Das wirst du nie sein, nie wirklich ernsthaft. Also glücklich vielleicht eine Zeit lang, aber richtige Erfüllung wird es nie sein, weil du nicht dein Leben lebst und du bist hierher gekommen, um dein Leben zu leben, ja? Okay. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Ich konzentriere dich auf das, was du willst, ja? Was du dir wünschst, anstatt dich dauernd damit zu beschäftigen, was du nicht hast, was du noch willst, was dir fehlt und so weiter. Nochmal, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du merkst, dass du dich wirklich wieder, dass deine 60.000 Gedanken, die du pro Tag, ja, so denkst, was glaubst du, wie viel Prozent davon sind wirklich in der Energie, die du auch haben möchtest? Das kannst du ganz schön in deinem Leben sehen. Das, was in deinem Leben ist, das ist wirklich der Prozentsatz, wie deine Gedanken- und Gefühlswelt ist. Deine Energie, wo du dir ausrichtest. Das kannst du im Außen sehen. Hast du nichts auf dem Konto, könnte sein, dass deine Energie nicht wirklich sich in die Richtung bewegt, ja? Und du dich mehr damit beschäftigst, dass du keine Kohle hast, anstatt wirklich dich ausrichtest auf die Fülle. Und das ist nicht nur dahergeschwätzt, ja? Das ist ein Universalgesetz. Also, kannst du es glauben oder nicht, ja? Vielleicht probierst du es halt einfach mal aus. Und zwar wirklich kontinuierlich und nicht nur ein, zwei Tage. Ja, aber wie gesagt, das sind Empfehlungen, das sind Botschaften, wirklich von Seele zu Seele. Was du damit machst, du musst das nicht. Du kannst das auch alles in die Tonne treten und denken, was redet die Tante da, ja? Ja, aber wenn ich dich kicke, wenn ich dich aufrege, wenn ich dich berühre, wenn du jetzt wütend bist, wenn du jetzt weinst, wenn du jetzt irgendetwas in dir isst, dann habe ich dich berührt, ja? Okay. Dann, der nächste Punkt, tue exzessiv wirklich. Ich habe vorhin schon gesagt, entscheide dich für die Freude, aber tue nun exzessiv Dinge, die dir Freude machen. Und zwar wirklich, schau wirklich den Tag über. Die meisten Menschen, und das erschreckt mich immer wieder, die meisten Menschen tun wirklich wenig Dinge, die ihnen richtig Freude machen. Ich meine, was macht dir wirklich Freude? Und das kann noch so banal sein, es geht nicht um die Tätigkeit. Es geht darum, dass du dieses Gefühl der Freude in dir wahrnimmst, ja? Dass du spürst, also wirklich exzessiv, um genauso exzessiv Dankbarkeit zu betreiben. Und ich meine jetzt hier nicht nur diesen Dankbarkeitszettel, sondern wirklich, hey, ich bin dankbar, dass ich hier sitzen darf. Ich bin dankbar, dass ich diese schönen Blumen hier habe. Ich bin dankbar, dass ich hier dieses Herz hier habe, das ich geschenkt bekommen habe. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt hier bin, dass ich, keine Ahnung, diesen schönen Ring habe. Dass ich hier dieses Licht habe, dass ich hier im Warmen sitzen kann draußen. Es ist richtig kalt, dass ich vorhin wirklich in der Sonne sein konnte. Ich habe Schneeglöckchen fotografiert und auch schon die ersten Frühlingsblumen. Und die Sonne war da und es war blauer Himmel. Und dann war ich in Heidelberg und in Heidelberg war so ein Faschingsumzug. Und es war total lustig, es hat total Spaß gemacht, viele coole Leute. Und ich habe tolle Menschen getroffen vorhin und so weiter. Und dafür bin ich dankbar. Das ist Dankbarkeit. Nicht nur dieses, okay, ich bin dankbar, ich mache jetzt mal morgens eine Meditation. Wenn ich im Auto bin, manchmal singe ich das sogar, für was ich alles dankbar bin. Und weißt du, was das bedeutet? Du bist in einer Energiefrequenz. Du kriegst manche Dinge gar nicht mehr mit. Und da passieren solche Dinge. Ich weiß, viele halten mich jetzt für verrückt, aber ich habe schon Dinge erlebt in diesem Zustand, dass ich zum Beispiel total zu spät war, eigentlich gar nicht mehr pünktlich habe, irgendwo sein können. Aber ich einfach total in der Dankbarkeit, in der, wow, es ist alles so schön, der Himmel ist so schön blau und so weiter. Und ich auf die Sekunde genau pünktlich war und so weiter. Also viele, viele Dinge, ja, wenn ich mich ausrichte, dann beschenkt mich das Leben so der Basen, ja. Und Dankbarkeit ist wirklich der Schlüssel. Also exzessive Freude, exzessive Dankbarkeit und wirklich dein Business boomt, ja. Wie verrückt. Du kannst es glauben oder auch nicht. Und ich sage immer wieder, ich komme immer wieder auf den selben Punkt. Du kannst sagen, so ein Scheiß, habe ich schon 10.000 Mal gehört. Wenn du es 10.000 Mal gehört hast, dann hast du es aber noch nicht praktiziert, weil dann wirst du jetzt nämlich genau da, wo du sein möchtest. Ganz einfach, ja. Also weil Dankbarkeit einfach dieses, wer es wirklich exzessiv, wirklich praktiziert und auch das Freude, wirklich die Freude zu erleben, der weiß, wovon ich spreche. Und es ist interessant, dass immer die Menschen dir sagen, das mit der Freude und das mit der Dankbarkeit, oh, das habe ich ja schon so oft gemacht, funktioniert nicht und so weiter oder nicht so wirklich, aber mein Business bringt es mir nicht. Das sagen dir immer nur die, die es noch nicht geschafft haben. Du hörst es von den Menschen, die wirklich so, wie ich total begeistert bin, die das wirklich auch erleben und leben. Ja. Und die sagen dir, es funktioniert. Und die anderen, die es noch nicht erreicht haben, sagen dir, funktioniert nicht. Schau dir die Menschen an, die dir sagen, das funktioniert nicht. Wie sieht das Leben von diesen Menschen aus? Sind das wirklich deine Inspirationsquellen? It's your. Ja, okay. Gut, das war, Moment. Ah ja, genau. Ich habe, ich habe hier noch so einen Tipp. Ich sehe heute wird schon wieder ein bisschen mehr. Moment, Moment. Genau. Ich möchte dich auch einladen, wirklich mal deine Energie wirklich auch zu bündeln und wirklich mal so ein kleines Experiment zu machen. Und zwar, wirklich auch, viele haben ja so dieses Thema, wenn ich sage, gib ein Befehl ans Universum oder erwarte. Da zucken ja viele zusammen. Ja, ich kann doch nichts erwarten. Ja, und dann werde ich enthäuscht und so weiter. Aber wir tun nichts anderes. Deine Gedanken, ja. Wenn du dauernd denkst, ich kriege das nicht hin oder es funktioniert so nicht, das ist auch ein Befehl ans Universum. Und was ist? Dein Wille wird geschehen. Also, letztendlich habe ich folgende, irgendein kleines Spiel. Ja, kannst du machen oder nicht. Aber katapultiere dich in die Freude, in die Dankbarkeit, in eine wirkliche Frequenz, wo du es spürst, wo du dieses Gefühl hast, ja. Aus diesem Gefühl heraus, was auch immer dich dahin bringt. Das kann hüpfen sein, es kann springen sein, lachen, einen lustigen Film angucken, keine Ahnung, was es auch immer ist. Dir bewusst machen, was du dankbar bist. Auf jeden Fall in diesem Zustand der Dankbarkeit. Dann forderst du das Universum, Gott, das Feld der unendlichen Möglichkeiten, wie auch immer du das nennen möchtest. Also, ich nenne es gern wirklich das Feld der unendlichen Möglichkeiten, weil das ist es nämlich, ja. Und ich kann einrasten, wo ich will, ja, wo ich will, ja. Also, ich habe einen freien Willen. So, und du kannst ja sagen, okay, du erwartest innerhalb, setzt wirklich nur eine Deadline, ich würde sagen, 24 oder 48 Stunden, etwas scheinbar Unmögliches, ja. Sozusagen als Beweis, dass wirklich das Universum für dich arbeitet. Und dass es wirklich funktioniert, dass das, was du, wo du da eine Aufmerksamkeit drauflegst, dass es auch wirklich in dein Leben kommt. Und ich meine jetzt hier nicht, dass du sagst, naja, okay, dass ich irgendwie, irgendetwas, was einfach, das kann schon ein kleines bisschen schwierig sein, aber so sollte es sein, dass du es noch einigermaßen glauben kannst. Und zwar, du kannst ja sagen, ich will innerhalb der nächsten 24 Stunden, wohlgemerkt, wir sind hier, ich weiß nicht, wo du jetzt bist, aber wir hier, ich bin hier, im Winter in Deutschland, kannst ja sagen, okay, ich möchte eine Libelle sehen. Innerhalb der nächsten 24 Stunden und 48 Stunden will ich eine Libelle oder mehrere Libellen sehen. Okay, ist auf den ersten Moment relativ unwahrscheinlich, aber probier es aus. Geh doch ein bisschen spielerisch dran, du hast nichts zu verlieren. Oder ein Schmetterling oder was auch immer, ja, oder vielleicht sogar eine lila Kuh oder sowas. Ja, egal, irgendetwas, wo eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, dass es dir jetzt sofort über den Weg läuft. Ja, und dann, also wirklich, es sollte aber ein Spiel sein. Also mach das erstmal mit etwas, was dir, was dir jetzt keine große, wo du keinen großen Stress damit hast. Ja, und dann halte Ausschau. Halte Ausschau und vertraue. Ja, halte Ausschau, vertraue, dass eben dieser Schmetterling, diese Libelle, diese Lela Kuh oder was auch immer, ja, dass die sich innerhalb der nächsten 48 Stunden zeigt. Ja, und letztendlich ist das der Beweis dafür, wenn das so ist, dass du genau, dass genau immer nach derselben, nach derselben, nach derselben Masche geht, ja. Die Dankbarkeit oder die Freude, die Energiefrequenz, in der du sein möchtest, dann die Ausrichtung, ja, also was du willst und dann Vertrauen und dann bitte ganz zum Schluss noch, ein großes Thema, annehmen, nicht das Verweigern, ja. Ja, also nach dem Motto, angenommen, bleiben wir bei dem Schmetterlingsding. Du siehst jetzt keinen echten Schmetterling, du siehst aber einen, keine Ahnung, irgendwie so einen Pfosten, so wie ich war vorhin, wo ich im, nee, das war nicht vorhin, das war gestern, wo ich im Wald war, habe ich auch so dieses Spiel. Ich bin in den Wald rein und habe gedacht, ich will einen Schmetterling sehen, ne, so. Aber ich habe nicht 48 Stunden, weil ich will es schneller, ne, ich will so innerhalb so der nächsten, nächsten Stunden will ich einen Schmetterling sehen. Und ich habe nach dem Schmetterling geguckt und ich habe überhaupt keinen Schmetterling gesehen. Und gehe aus dem Wald raus und am Anfang des Waldes ist so eine ganz große Tafel und da ist so eine Beschreibung. Und irgendwie habe ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt da drauf geguckt und da ist so ein ganz kleines Bild von einem Schmetterling. Also ich habe sogar den Beweis, ich könnte es euch am Ende zeigen, also wirklich so ein kleiner Schmetterling, da musste ich lachen. Jetzt kannst du sagen, das ist ja blöd, das ist ja kein echter Schmetterling. So kannst du es auch sehen, ja. Du kannst auch deinen Fokus darauf legen, okay, das gilt nicht. Aber ein Schmetterling ist ein Schmetterling, ja, so. Und ich habe mich tierisch gefreut. Es war ein Schmetterling, es ist unheimlich schnell passiert. Also wirklich, und es war ein ganz kleines Bild auf einer riesen Tafel. Also total unwahrscheinlich, dass ich das sehe. Aber wenn du, und das ist genau der Beweis, wenn du dich auf etwas ausrichtest und vertraust, dass es so ist und bereit bist zu empfangen, dann wird sich das in deinem Leben, du ziehst das an. Du bist bereit dafür. Und du siehst das auch. Wenn nicht, rennst du an dem Ding vorbei. Und glaub mir, ich bin jahrelang gehe ich in diesen Wald. Nicht jeden Tag, aber wirklich jahrelang und immer wieder. Und ich habe diesen Schmetterling noch nie gesehen. Ja, bis zu dieser Aktion. Okay? Genau. So. Was wollte ich dir noch dazu sagen? Ach so, ja. Was ich noch sagen wollte ist, manch einer sagt ja, naja, das hört sich ja alles irgendwie total anstrengend an. So, ich muss ja, wenn ich mich die ganze Zeit jetzt auf das ausrichte, was ich will und das ist nicht so einfach und so weiter. Ich sage es dir nochmal, du hast dich gewöhnt, dass es anstrengend ist und glaubst, dass das normal ist. Und das ist eigentlich das Paradoxe. Ja? Und jetzt willst du dir alles loslassen, damit es einfacher wird. Ey, wenn du mal da drin bist, dann merkst du erst mal, wie bescheuert das ganze Spiel war. Ja? Und du musst eigentlich echt darüber schmunzeln, wie sehr wir uns wirklich versperren für unseren Glück. Ja? Also, das ist mir sehr wichtig. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, das Thema Freude, das Thema wirklich aus der Leichtigkeit zu erschaffen und auch der Berufungsweg. Und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich finde es so schlimm, dass so viele Menschen gerade den Weg der Berufung sich so schwer tun und es so anstrengend ist und so kämpfen auf diesem Weg. Und viele haben auch schon echt aufgegeben nach dem Motto, ah, das gibt ja nicht die einen Berufung und das klappt ja nicht und ich kann damit kein Geld verdienen und so weiter und tun das ab oder strengen sich so extrem an. Das ist aber nicht der Weg der Berufung. Der Weg der Berufung oder dein Weg, der darf einfach sein. Und auch diese Entfaltung darf einfach sein. Und jetzt verrate ich dir etwas, was ich eigentlich noch wenig geteilt habe bis jetzt. Oder erst mal, ich glaube, gestern oder vorgestern das erste Mal angesprochen habe. Und zwar der neue Kurs, der ja am 1.3. in der Berufungslounge startet, also der Celebrate Your Passion, finde und feiere deine Berufung. Ja, also schon allein der Name ist Programm. Ich habe ja schon gesagt, dass die große Überschrift Leichtigkeit und Freude ist. Aber was ich noch nicht verraten habe, ist, dass da nämlich ein ganz neues Konzept dahinter steckt. Und das kennt noch keiner. Und zwar, es geht zu jeder Thematik, wesentlichen Thematik, die wir in diesem Workshop durchgehen. Also ob das jetzt Glaubenssätze sind, Herzenswünsche, ob das sozusagen wirklich die Entfaltung an für sich ist, was will ich wirklich und so weiter. Das ist auch im beruflichen Kontext. Es gibt zu allen, gibt es Meditationen, Workshops und so, bla bla bla. Also das, was wesentlich ist. Aber zu allen wesentlichen Themen gibt es auch ein und ich nenne es das Sub-Transformationsspiel. Es gibt Spiele, und zwar wirklich Transformationsspiele, die tiefgreifend sind, die wirklich energetisch wirken, aber die Spaß und Freude machen. Ja, weil ich weiß, nämlich genau aus dieser Situation, und ich habe das jetzt ein paar Mal getestet, ich habe das auch mit meinen Kids, also mit meinem Sohn und mit seiner Freundin und so weiter getestet. Und das ist echt fantastisch. Und mit anderen auch, wenn man spielerisch die Sachen da rangeht. Und ich mache das ja eigentlich die ganze Zeit schon. Ich habe das bloß bis jetzt noch nicht so wirklich ernsthaft in einen Kurs oder Workshop oder irgendetwas umgesetzt. Und nun habe ich wirklich so etwas wie ein Programm daraus gemacht. Aber es sind Spiele. Es sind Spiele, die Freude machen, die dir diesen Weg einfacher gestalten. Und ich werde das später auch noch mal verlinken, den Workshop, aber ihr könnt jetzt schon auf die Seite gehen. Berufung erleben, Schrägstrich Transformationsworkshop oder Transformationskurs suchen. Und ja, also ihr könnt euch einen Platz hier hin. Ab dem 1.3. geht es los und ich freue mich echt riesig, echt mit euch gemeinsam da zu spielen. Und das ist wirklich so eine Weltpremiere. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es sind echt lustige, freudige und spannende Spiele dabei. Okay, das war nur ein kleiner Werbeblock, weil, wie gesagt, wenn du hier bist, dann willst du deine Berufung leben. Und wenn du hier auch heute gerade hier bist, dann willst du das auch mit Leichtigkeit und Freude. Und dann ist dieser Workshop, wenn du noch nicht deine Berufung lebst, ja, dann ist dieser Workshop perfekt für dich. Für die Berufungslaunchmitglieder ist er natürlich inklusive, was heißt natürlich, er ist inklusive, aber alle anderen, die können ihn gerne erwerben. Okay. So, jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir nämlich bei der, jetzt kannst du gleich wählen, die 1, die 2 oder die 3. und es wird richtig, richtig, richtig spannend. Und ich freue mich schon, das mit euch zu teilen. So, also, du kannst, wie gesagt, wählen, 1, 2 oder 3 oder eine Kombi. Wie gesagt, spür doch nochmal kurz in dich hinein. Später kannst du auch das Video nochmal anhalten oder auch mal schauen. Also, viele haben ja auch schon die Zahlen reingeschrieben. So, und ich komme jetzt zu der 1. Ich muss auch sagen, diese ganzen, alle haben so ein bisschen, wirklich so ergänzend zu dem, zu der aktuellen Zeitqualität. Die 1 ist, das Thema Vertrauen. Und zwar wirklich, ich habe mal hier den Satz so aufgeschrieben, mach dir keine Gedanken über deinen Weg. Mach dir keine Gedanken über das Ziel. Sei präsent und voller Hingabe, das Hier und Jetzt. Denn wirklich nur hier nimmst du auch wirklich den nächstmöglichen Schritt wahr und traust dich auch, diesen zu tun. Weil wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, dann bist du immer gestern oder morgen und das haut dich aus deinem Vertrauen raus. Und wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir auch aufhören, dieses Thema Vertrauen an irgendeine Bedingung zu knüpfen. Also nach dem Motto, naja, ich vertraue dem schon mit meiner Berufung. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn das jetzt geklappt hat bis Monatsende, dass ich keine Ahnung, das und das erreicht habe, dann klappt das mit meiner Berufung. Das ist dann sozusagen die Bedingung. Ja, dann kannst du dir vertrauen. Das ist aber kein Vertrauen. Ja, das ist, oder auch in Beziehungen ist das ja oft so. So nach dem Motto, da muss ich erst mal mein Vertrauen verdienen. Ey, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Das ist nicht Vertrauen. Ganz im Gegenteil. Ja, Vertrauen entsteht nur aus dir heraus. und in allerletzter Konsequenz bedeutet Vertrauen, dir selbst zu folgen. Das heißt, also wir bezeichnen das ja oft als Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ja, aber das ist es eigentlich nicht. Also unseren eigenen Weg zu gehen, ist eher wie nach Hause kommen. Das ist eher unser schräges Denken diesbezüglich. Ja, dass wir das sozusagen so echt wirklich alles auf den Kopf gestellt haben. Und im Grunde geht es, Moment, jetzt muss ich kurz so runterrutschen. Im Grunde geht es wirklich darum, sich wirklich sein, ja, tatsächlich sein Herz zu öffnen. Ja, und auch gerade dann, wenn du schmerzt. Ja, und dich dem hinzugeben, was jetzt ist. Ja, das heißt aber auch, je mehr du dir folgst, desto mehr, größer wird auch dein Vertrauen. Vertrauen. Also Vertrauen entsteht nicht durch irgendetwas anderes da draußen. Vertrauen ist wirklich, du traust dich, deinen Weg zu gehen. Traust dich, dir selbst zu folgen. Traust dich wirklich, deine Ideen, deinem, gerade in deinem, in deinem beruflichen Wirken, mit deiner Berufung, mit deinem Seelenbusiness, dass du das wirklich, dich traust, das so zu machen, wie du es spürst. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie, so sinngemäß von meinen Auszubildenden, Coaches und so weiter, die Frage bekomme, ich würde gerne das und das machen. Was meinst du dazu? Sollte ich das so machen? Und so gut wie immer antworte ich da drauf, was meinst du? Hast du Lust dazu, das so zu machen? Ich meine, hast du wirklich Lust dazu? Und das ist eigentlich das Spannende. So entsteht Vertrauen. Weil sonst, wenn du das nicht tust, wenn du immer nur darauf vertraust, was andere dir sagen, oder hoffst, dass andere dir etwas sagen, dann traust du dir nicht selbst und es wird nie Vertrauen entstehen. Auf der Berufungslounge kann ich dir den Tipp geben. Da haben wir im Bereich der meditativen Workshops ist dieser Workshop oder erst mal das Video Öffnet dein Herz, auch wenn es schmerzt. Also das und das ist auch übrigens in der aktuellen Herzensvision Challenge ist es auch mit drin. Ja, und das ist wirklich großartig. Also ich kann nur sagen, das solltest du dir dann vielleicht antun. Aber ich habe so einen praktischen Tipp oder praktische Tipps. Tue wirklich jeden Tag etwas, was dir am Herzen liegt, was dir wichtig ist. Aber was so eine gewisse Herausforderung für dich darstellt. Also ich kann dir sagen, dass du wie ich Vertrauen in mich eingeübt habe. Das musst du nicht machen. Ich sage es nur. Und nicht, dass man jetzt kommt, verantwortungslos und so weiter. Nee, das war es eben nicht. Das war pures Vertrauen. So habe ich Vertrauen in mich und in Gott und das Universum und so weiter. Ich bin nämlich jedes Mal ins Auto eingestiegen und habe gesagt, okay, ich schnalle mich nicht an und ich vertraue dem Universum dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, dass es mich gesund und heil dahin bringt, wo ich hin möchte. Das Spiel habe ich jahrelang gespielt. Jetzt kann ich es leider nicht mehr machen, aber ich habe jetzt auch kein Problem mehr mit diesem Thema, da ich ein neues Auto seit einiger Zeit habe und das geht dann nicht. Das ist alles elektronisch und das piepst dann wie verrückt. Aber ich habe mein letztes Auto, habe ich mir extra, obwohl ich mir ein nagelneues Auto leisten hätte können und so habe ich danach geguckt. Das war damals mein Kriterium. Ich kaufe mir ein Auto, wo man sich noch wirklich per Hand anschnallen, wo das noch nicht automatisch ist und wo dieses Piepsgebild noch nicht losgeht. Das gab es damals schon. Deswegen habe ich mir damals extra ein altes Auto gekauft, damit ich wirklich noch eine Zeit lang üben kann, ohne Gurt zu fahren. Und wie gesagt, jetzt fahre ich wieder mit Gurt, aber das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Also ich vertraue mir jedem, ich habe bloß keine Lust auf das Gepize. Das war so etwas, was ich so integriert habe. Jetzt kannst du mal schauen, du kannst zum Beispiel, Idee wäre, du schreibst zum Beispiel irgendetwas Persönliches von dir als Post auf Facebook und teilst es mit der Welt und hältst das aus. Ganz besonders interessant ist es, wenn du etwas teilst, was dir ganz besonders viel Freude gemacht hat. Also was dich ganz besonders kickt oder so. Oder was du vielleicht überwunden hast, in Anführungsstrichen. Etwas Persönliches, was dich etwas herausfordert, aber was dir am Herzen liegt. Oder vielleicht andere Sachen, wie gesagt, sind nur Ideen, keine Versicherungen abzuschließen oder dir zu überlegen, brauchst du wirklich diese Versicherungen und was bedeutet das mit den Versicherungen, die du abgeschlossen hast. Oder, so wie ich es gemacht habe, also übrigens, das Thema Fülle, das habe ich auch mit Vertrauen eingeübt, also indem ich gegeben habe. Ich weiß, jeder sagt irgendwie, ja, wenn du hast, dann kannst du ja geben. Nein, es ist erst umgekehrt. Du gibst erst und dann hast du immer mehr, weil das die Frequenz ist. Und ich habe es genauso erlebt. Ich habe es schon so oft erzählt. Als ich am wenigsten Geld habe, habe ich prozentual am meisten hergegeben. Und auch heute noch gebe ich so gerne Geld her. Hohe Trinkgelder, einfach so. Ich bin, das war vorgestern Nacht, war ich unterwegs und musste noch an der Tankstelle. Und da habe ich, das war schon dunkelnacht halt. Und die Tankstelle haben ja dann auch nur diesen Schalter, wo man da so bezahlen muss. Und irgendwas im Augenwinkel habe ich eine Frau gesehen. Also wirklich so eine alte Oma und die war mit so einem, irgendwie so, nicht Rollator, aber irgendwas vor sich her geschoben. Und ich meinte, ich habe gesehen, dass sie irgendwie am Mülleimer geguckt hat. Und es war aber alles so ein bisschen aus dem Augenwinkel, weil ich noch abgelenkt war von Bezahlen. Und irgendwie habe ich mal kurz in mich reingespürt und habe gespürt, diese Frau braucht wirklich dringend Hilfe. Und dann bin ich, weil ich bin dann ins Auto und sie war dann aber schon weg und dann bin ich dann gefahren, weil es war auch die Richtung, bin dann langsam gefahren. Ich wollte sie ja nicht erschrecken, weil wie gesagt, es war schon Nacht. Und habe dann angehalten, habe dann auch gleich gesagt, ich will ihr nichts tun, ich will ihr nur helfen. und habe ihr dann einen 100-Euro-Schein gegeben. Die Frau ist fast umgefallen. Aber einfach, ich habe gespürt, dass es so ist. Und ich meine, das ist jetzt keine Herausforderung für mich. Aber ich will einfach nur damit sagen, es ist so befriedigend, ob ich das jetzt hier mit ihr teile oder nicht. Es ist einfach dieses Geben und alles im Fluss. Das ist eine Energiefrequenz. Es geht nicht um dieses Geld. Es könnte 2 Euro gewesen sein oder 1.000 Euro oder 100. Das ist völlig egal. Ja, also tue etwas, was dich, was dich ein bisschen herausfordert. Also was sozusagen deine Vertrauensgrenze erhöht. Ja, okay. Also schau, was es da ist. Aber wie gesagt, ein kleines bisschen musst du dich schon herausfordern. Und auch in deinem Business. Also tue auch ganz konkret Dinge, die in deinem Business, wo du, wo dich herausfordern. Also wenn du das Gefühl hast, ich müsste ja schon oder ich müsste meine Preise runtersetzen. Dann mach doch mal genau das Gegenteil. Mach deine Preise höher. Ja, tu es einfach und spür mal in dich hinein, welcher Preis ich für dich wirklich, nicht was du glaubst, sondern was dich für dich wirklich gut anfühlt und den schreibst du auf deine Seite oder den sagst du beim nächsten Strategiegespräch oder wie auch immer, was auch immer du machst, wie auch immer du das machst. Ja, Preise hoch. Trau dich. Ich habe auch meine Preise habe ich genau so auch wirklich in innerhalb von kurzer Zeit exponentiert sozusagen. Gute Vertrauenshöhung. Okay, das war die Eins und nun kommt die Zwei. Die Zwei. Die Zwei ist auch etwas Spannendes und das ist gerade auch jetzt, weil ich habe es ja auch so ein bisschen wie bei Facebook, die Energien sind wieder so anstrengend und so weiter. Ja, das stimmt und der Punkt ist aber der, weil wir aufgefordert werden. Also ich kann nur sagen, es ist so, damit wir eine Wahl treffen und die Zwei ist nämlich, du wählst immer. Du wählst immer, wenn du eine Entscheidung triffst, eine Wahl triffst oder wenn du nichts machst und der Punkt ist der, wenn du nichts machst, denkst du, du hast nicht entschieden, aber das ist deine größte Herausforderung, dein größter Schmerz, weil du hast entschieden, aber dann hast du noch das blöde Gefühl, dass du ohnmächtig bist, dass du es nicht in der Hand hast. Wenn du aber eine Wahl getroffen hast, auch wenn sie vielleicht kacke war, es kann ja durchaus mal sein, dass du dich mal verhaust mit deiner Entscheidung. Mein Gott, dadurch geht die Welt nicht unter. Oder glaubst du wirklich, du kannst die Welt zum Einstürzen bringen, indem du eine Entscheidung triffst? Dann entscheidest du dich halt morgen anders. Das ist nicht schlimm. Die Ohnmacht sozusagen, das nicht zu tun oder eine Entscheidung herauszuzögern, weil ich muss mich ja nicht entscheiden, wie oft habe ich das gehört? Das Geist hat auch gerade so in, ich sage es jetzt mal wirklich so, in der spirituellen Szene, du, ich muss mich nicht entscheiden. Ich muss mich nicht entscheiden. Okay. Wie fühlt sich das wirklich an? Du musst wirklich nicht entscheiden. Du kannst auch alles geschehen lassen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wir sind in dieses Leben gekommen, um zu erleben, um Bewusstsein, um bewusste Entscheidungen zu treffen, uns auszurichten und das Leben wirklich auszukosten und unseren freien Willen einzusetzen. Und deswegen, wenn du rumeierst, dann ist dieses keine Wahl treffen, ist wirklich so, das lähmt einen. Es lähmt. Und wenn du eine Wahl triffst, dann hat das immer etwas mit Kraft und Macht zu tun. Und genau darum geht es jetzt. Diese ganzen Energien, die auch anstrengend sind, die fordern uns auf, in unserer Schöpferkraft, die in Anspruch zu nehmen. Ja. In der Berufungslounge kann ich die empfehlen. Da gibt es den Workshop, den meditativen, bei den meditativen Workshops, den Workshop Triff eine bewusste Wahl oder so sinngemäß. Schau mal da rein. Da gibt es einfach diesen Workshop. Und der ist richtig geil. Also der fordert dich wirklich auf eine bewusste Wahl. Das ist auch nichts anderes wie eine Ausrichtung. Ja. Eine Wahl ist, ich wähle. Ich sage nicht, weißt du, wenn du nicht wählst, ist es so wie, okay, ich will viel Geld haben, aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich das machen oder das machen? Und dann geht es energetisch. Puff. 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 Und so. Das ist so nix irgendwie. Ja. Aber wenn du sagst, okay, ich mache erst mal das. Ja. Ich gebe erst mal Geld aus. Okay. Das ist eine neue Richtung. Und ich will, dass ich sozusagen, je mehr Geld ich ausgebe, desto mehr Geld kommt zurück. Das ist ein Spiel. Spiel es einfach. Ja. Richte dich aus. Und eine bewusste Wahl zu treffen, ist wichtig für dich, auch in deinem beruflichen Wirken. Triff eine Wahl. Und zwar die Wahl für dich. Wie willst du? Und hier spüre ich auch ganz deutlich, es geht auch darum, dass du eine Wahl triffst, dein Business, deine berufliche Ausrichtung so zu gestalten, wie du es willst. Nicht wie du glaubst, es müsste sein. Sondern wie du willst. Wirklich, wie du willst. Und nicht, wenn du jetzt den Spruch im Kopf hast, Kinder, die was wollen, die kriegen aber was auf die Bollen. Hey, dann nimm diesen Spruch, ja, und kick ihn weg. Kick ihn aus deinem System. Das bist nicht du. Deine Essenz. Du bist machtvoll. Du bist kraftvoll. Du hast das bloß vergessen. Und du hast dich einlullen lassen, dass du nicht so kraftvoll bist, dass du das nicht erreichen kannst, dass du eingeschränkt bist und so weiter. Ja. Nochmal, es ist deine Wahl. Du wählst. Und du, wenn du die zwei hast, du bist aufgefordert zu wählen. Eine klare Ausrichtung. Wo willst du, was willst du wirklich? Spüre in dir, das ist immer die Voraussetzung, du nimmst wahr, die Schatzkammer im Innen, immer von innen nach außen, ja. Nicht durchtun. Du sollst jetzt nicht, du bist jetzt nicht irgendwie so, nach der Mut, ich muss jetzt aber tun. Sondern spüre erst mal, nimm diesen Seinzustand, der damit zu tun hat, wahr und dann kannst du es nicht zu außen bringen. Dann kannst du es nicht zu tun bringen. Aber denk dann, Leichtigkeit steht drüber, über allem, ja. Okay. So. Jetzt kommen wir zu der Drei. Und die Drei, ups, was ich heute hier schaffe. Die Drei. Die Drei lautet, erlaube dir, Geschenke oder überhaupt zu empfangen. Ja. Ich habe es kurz vorhin angesprochen, bei der Allgemeinbotschaft. Das Thema ist ja wirklich so, was viele verstanden haben, so dieses, die Lebensaufgabe beinhaltet das Wort Gaben und Gaben kommt vom Geben. Das heißt, ich gebe, weil ich etwas in mir habe. Ich muss also nichts Neues dazu, sondern ich muss das nach außen bringen. Okay. So, und da hängen ganz viele Menschen. Und das mit dem Geben, das funktioniert schon. Aber das ganze Universum besteht aus Gleichgewicht. Ja. Und alles hat irgendwie Dunkel, es gibt Dunkel und Hell, es gibt Schwarz und Weiß, es gibt Gut und Böse, wobei es es nicht wirklich gibt in dem Sinn, sondern es sind Interpretationen. Ja. Und der Punkt ist der, wenn du auf der einen Seite nur gibst, dann ist es nicht im Gleichgewicht, wenn du nicht bereit bist zu empfangen. Und ich kann immer noch behaupten, dass viele Menschen ihre Berufung nicht leben, weil sie nicht empfangen. Ja. Auch hier geht es um die Ausrichtung. Es ist auch so, dass wir sagen, ja, das stimmt aber nicht. Ich bin doch bereit. Ich will doch Geld empfangen. Ja. Oder ich bin doch bereit, was sehr großes Thema bei ganz vielen Menschen ist, die beruflich gerade im spirituellen Bereich wirken oder vor allen Dingen und oder ihre Berufung leben, muss jetzt nicht mit spirituellen Themen sein, aber ihre Berufung leben. Ihr habt echt ein Riesenthema mit dem Geld. Ja. Und da ist oft dieser Punkt, nicht bereit sein zu empfangen. Und der Hintergrund, das sind verschiedene Sachen, aber oft ist es so, dass wir einfach mit Geld irgendetwas Negatives, also irgendwie eine negative Verknüpfung haben. Und wir auch überhaupt nicht auf Geld stehen. Ja, dass wir sagen, ja, Geld ist ja Wurzel an Übels und eigentlich müsste das Geld abgeschafft werden und wir sollten doch endlich mal in einer Welt leben, wo wir nur in unsere Gaben gehen und so weiter. Das ist meine Idealvorstellung. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt noch da und bin bereit sozusagen auch zu empfangen. Und zurzeit bin ich auch bereit, Geld zu empfangen. Ja. Und wenn du diesen Hahn abschneidest, so zu, ja, dann ist es, dann wirst du nie wirklich diese, diese, diese innere Hochzeit und Hochzeit, nicht nur Hochzeit, sondern wirklich eine Hochzeit, in dir wird, wird schwer möglich sein. Ja. Weil unser ganzes System besteht wirklich aus männlich-weiblich. Und das sind auch diese männlichen und weiblichen Energien. Ja. Also dieses, dieses Geben und, dieses Annehmen, ja, also wirklich zu schauen. Und oft ist es auch so, dass wir auch nur ein Part ausleben. Also oft dieses, dass wir sagen, okay, ich habe viele Ideen, aber ich kriege die nicht umgesetzt. Ja. Dann ist wirklich deine Aufgabe, in die Umsetzung zu gehen. Das ist, wenn das ein Problem für dich ist, dann ist das deine Herausforderung. Das ist dann sozusagen die, die Herausforderung deines Lebens oder deine Aufgabe, da in das, in die Umsetzung zu kommen. Ja. Also wirklich diese Aus, Ausbalanciertheit. Und wirklich ist es auch hier der Fokus. Auf was legst du deinen Fokus hin? Denkst du wirklich, das ist auch wirklich ganz, ich höre das ja auch oft, dass Menschen wirklich regelrecht davon überzeugt sind, ja, mit dem kann ich kein Geld verdienen oder damit kann ich das nicht machen oder das ist zu wenig oder ich muss, das ist auch so eine festgefahrene Meinung, halt Coaching, damit kann man ja allein nicht Geld verdienen. Das muss ich unbedingt nebenher machen. Ich weiß nicht, wer das irgendwie erfunden hat, das mag durchaus bei dem einen oder anderen so sein. Aber mittlerweile glauben das so viele Menschen, dass das wie eine Wahrheit irgendwie ist. Das stimmt aber nicht. Also du kannst mit Coaching, kannst du komplett, dann kommt mit 1 zu 1 Coaching. Und ich spreche jetzt ja nicht von automatisierten Coaching und so weiter. oder von Gruppencoachings oder so. Du kannst damit auch dein Geld verdienen, wenn du offen dafür bist, wenn du offen bist zu empfangen. Und wenn du auch offen bist zu empfangen, aus welchem Bereich zum Beispiel dein Geld kommt. Ein Beispiel aus meiner eigenen Vita wieder. Ganz am Anfang meiner Karriere, als wir selbstständig waren, da hatte ich ja so die Vorstellung, war ich auch so fixiert, okay, ich will den Betrag XY will ich einnehmen, pro Monat oder pro Jahr, weiß ich jetzt nicht mehr. Und den will ich erreichen. Damals hatte ich so eine ganz klare Vorstellung, weil wir damals sehr klar in dem Thema Vermittlung drin waren, Personalvermittlung. Und so ein bisschen Headhunting und so. Headhunting. Und also diese Ausrichtung. Da habe ich gesagt, okay, so und so viele Vermittlungen macht so und so viele Einnahmen. Und irgendwie war, das war, das hat geklappt, aber es war total anstrengend. Es war so dieses Fokus und so, wie ich es vorhin gesagt habe. Total anstrengend. Und ich habe gesagt, ich will den Scheiß nicht mehr. Das muss doch einfacher gehen. Ich will mein Geld einfacher verdienen. Es müsste wirklich, das Geld müsste einfach zu mir fließen mit einer Aufgabe, die mir total einfach fällt. Und dann ist Folgendes passiert. Und ich habe gesagt, also in manchen Sachen bin ich ja echt stur. Also wenn ich da mal irgendwas verstanden habe, dann bleibe ich da auch dran. Und das war so der erste Punkt, wo ich damals gesagt habe, okay, ich will, dass es in meinem beruflichen Wirken, dass es einfach wird. Ich will mir nicht mehr den Arsch aufreißen mit jeder einzelnen Vermittlung. Da mal 5000, da mal irgendetwas. Und wir hatten ja auch große Büroräume und Mitarbeiter und so weiter. Das war alles, also da musste man schon sozusagen ganz viel. dafür arbeiten. Und wie gesagt, ich wollte es einfach. Und damals hatte ich ja auch schon den Punkt, ich will ja mehr Menschen begleiten und länger begleiten und so weiter. Und heutzutage ist es ja, kennt man das ja, also ich weiß nicht, ob euch der Begriff Outplacement was sagt, aber damals war das in Deutschland noch gar nicht so bekannt. Wir waren eine der Ersten, die das sozusagen in Deutschland mit etabliert haben. Das heißt, Unternehmen haben externe Coaches beauftragt, ihre Mitarbeiter die aus irgendeinem Grund das Unternehmen verlassen wollten, mussten, wie auch immer, hat das Unternehmen einen recht hohen Betrag, das kam aus dem Amerikanischen, recht hohen Betrag bezahlt, damit eben diese Begleitung stattfindet. Das war oft in einem Paket mit einem Aufhängungsvertrag und so weiter. Egal. Auf jeden Fall war das so und der Betrag war relativ hoch und damals habe ich die allererste Outplacement, die ich gemacht habe, das war, da hat es mich fast vom Stuhl gehauen, da habe ich für eine Begleitung, wo ein paar Termine waren, wo ich wirklich das machen konnte, was ich wirklich wollte, total easy, total einfach, mit einem super tollen Menschen, weil der hat ja mich ausgesucht, habe ich 20.000 D-Mark bekommen. Dafür musste ich zu dem Zeitpunkt vier Vermittlungen machen und vier Vermittlungen bedeutet eine Menge Auswahl an Bewerberauswahl und so weiter. Also wirklich anstrengend. Das heißt, es durfte einfach sein und das Leben beschenkt dich, aber ich habe das erst gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und wenn ich nicht bereit gewesen wäre, in diesen Bereich hineinzugehen, hätte ich das Geschenkattakter gelegt. Also das heißt, sei offen, erlaube dir wirklich zu empfangen und auch wirklich dich auszurichten. Also willst du Leichtigkeit, willst du mehr Geld haben und so weiter, dann erlaube es dir, richte dich danach aus und nimm das, was schon da ist. Also erst mal die Grundlage ist, dass du dankbar bist für das, was du überhaupt hast, dass du diese Möglichkeit hast, dass du die Ideen hast und so weiter und dann dich auszurichten und dann kommen, vielleicht kommt doch Geld erst mal aus einer ganz anderen Konstellation oder Geschenke kommen aus einer ganz anderen Konstellation. Wenn du sagst, aber das will ich nicht, irgendwie, da fällt mir auch noch eine andere Geschichte ein, die hat zwar jetzt nichts mit dem Business zu tun, aber es zeigt es auch ganz deutlich, weil es auch hier eine Ausrichtung ist. Ich war mal mit einer, also es war so im Coaching-Bereich und ich mache manchmal auch Coaching im Wald, also das heißt, dass ich mit meinen Klienten Coaches durch den Wald renne, ja, und dann die Gespräche habe und wir das aufnehmen. Und da war eine Klientin dabei, die hat erzählt, oh, das ist alles so anstrengend und ihr, es ist nichts Schönes in ihrem Leben und die jammerte und jammerte und irgendwie, ich habe erst mal einen Moment, wollte ihr die Möglichkeit geben, dass sie alles los wird und wir stehen so, also wir sind in dem Moment, standen wir und sie erzählt und ich wollte sie noch stoppen, weil Folgendes passierte nämlich hinter ihr. Hinter ihr ist wirklich eine richtige kleine Herde an Rehen vorbeigerannt und die sind ja so schnell, bis ich ihr klar machen konnte, dass da was passiert, waren die schon, die haben wirklich nur noch das Ende gesehen und ich konnte wirklich dieses ganze schöne Schauspiel genießen, ja, und das ist aber der Punkt, wir sind so konzentriert, also die hat sich förmlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von der Schönheit weggedreht und sich darauf konzentriert und das war wirklich eine geile Ausrichtung und es war wie bestellt, diese Situation und wirklich daran zu arbeiten und später musste sie dann ja auch wirklich lachen über dieses System, weil sie es auch erkannt hat. Sie hat erkannt wirklich, dass sie in ihrem Leben wirklich die Ausrichtung, ja, immer wieder sagt, okay, ja, scheiße, ja, aber, ah, okay, der Schmetterling, aber der ist ja nur gemalt und der ist ja nur klein, ja, das ist kein echter Schmetterling, aber wenn du so unterwegs bist, dann findest du in jedem Bereich irgendetwas, was dich nervt, was dich anstrengt und du empfängst nicht die Geschenke, die wirklich zu dir wollen, ja, genau, so, ich glaube, jetzt habe ich es, oder? Genau, das war's, ihr Lieben, erst mal die Fragen, also die Fragen ganz zum Schluss, aber bevor ich das mache, ich sehe hier schon, ihr seid so ganz, ganz fleißig am Schreiben, nicht kohlen, genau, aber bevor ich das mache, möchte ich noch abschließend, dass wir, einfach, ich spüre auch dieses Berufungsfeld, ich möchte einfach nur so nochmal ein, zwei Minuten mit euch gemeinsam hier dieses Feld, weil ich spüre auch, dass ihr da mit mir voll drin seid, ja, und ich möchte dieses Berufungsfeld wirklich verstärken und immer mehr ausweiten, und das Spannende ist, ich habe bei, das habe ich ja beim letzten, beim vorletzten Mal angefangen, und beim letzten Mal habe ich mir gewünscht, dass sozusagen das immer mehr auch verbreitet wird, und Tatsache ist, dass auf YouTube ist, das ist ein Video, das mittlerweile, das letzte, die letzte Botschaft, die ist tausende Male angeklickt worden, im Vergleich zu den vorhergehenden, hatte ich noch nicht so diese Ausrichtung, aber jetzt war ich so klar, und habe gesagt, okay, ich will jetzt wieder, ich will das Feld wirklich verstärken, ich bin bereit, ich bin bereit, das zu halten, ja, das aufzumachen, und ich bin bereit, dieses Feld zu verstärken, und dadurch ist jetzt wieder viel mehr, an Größe und Masse, hier bei Facebook auch, immer der letzten, aber vor allem, ich fand es auch so spannend, auch bei, gerade bei YouTube, weil das kann man wirklich so schön sehen, könnt ihr mal schauen, die letzten Botschaften, die waren irgendwie so ein paar hundert, und das sind ja mehrere tausend, also das ist schon mal ein Riesensprung, einfach mit der Ausrichtung, ja, ich will das Berufungsfeld, verstärken, und das möchte ich jetzt mit dir machen, wenn du das auch willst, dann nimm dir jetzt mal ein bisschen Zeit, und konzentrier dich auf dich, und nimm dich mal, einfach mal wahr, atme mal wirklich so ganz, ganz tief in dich hinein, und spür dich mal, spür wirklich diesen, diesen, diesen richtig geilen Körper, in dem du bist, egal wo es dir zwickt, und tut, und macht, oder was auch immer, komm mal ganz bei dir an, und spür mal, erlaube dir wirklich mal, so die Dankbarkeit, einzuatmen, für dein Sein, für deinen Körper, für dich, für das, dass du da bist, und, ja, in dieser Gemeinschaft, und spüre auch mal, in dieses Feld hinein, spüre mal, in diese Gemeinschaft hinein, spürst du, spüre, und lass auch zu, diese Verbundenheit, mit allen Menschen, die sich, ja, diesem Thema, Berufung, immer mehr widmen, immer mehr, sich auch dafür öffnen, und bereit sind, wirklich ihren Weg zu gehen, und, und erlaube auch, diese Verbindung, dass du sie auch bewusst wahrnimmst, und wirklich so, auch aus, aus deinem Herzen heraus, ja, oder, vielleicht aber auch, aus deinem, aus deinem ganzen Sein, also, spüre mal, wo, wo die Verbindung da ist, wo es vielleicht jetzt auch kribbelt, und nun, stell dir vor, und geh vor allen Dingen in das Gefühl hinein, wie es sich für dich, ganz persönlich anfühlt, wenn du deine Berufung lebst, also erlaube dir, dieses Gefühl wahrzunehmen, ganz, ganz tief da hinein zu gehen, ja, du musst nicht genau wissen, was es ist, wenn du da noch ein bisschen zauderst, oder so, aber du kennst das Gefühl, es ist so dieses Gefühl, so ganz bei dir zu sein, ganz im Flow zu sein, ganz voller Vorfreude, ganz kribbelig, und hibbelig, und aufgeregt, aber so schön aufgeregt, freudig, erregt, spüre es, nimm es wahr, und nun, stell dir vor, wirklich das aus dir heraus, dieses Licht, das du vielleicht auch in dir wahrgenommen hast, oder dieses, du selbst, ja, lass, lass zu, dass du leuchtest, das ist, dass das, was aus dir heraus will, das, was du bist, deine Essenz, dass die nach außen strahlt, und wirklich in das allgemeine Bewusstseinsfeld, und somit wirklich dieses Berufungsfeld, dadurch, dass du scheinst, dass du erlaubst, in diesem Gefühl zu sein, und das wirklich nach außen strahlst, wir sind nie alleine, wir sind immer verbunden, und gerade, wenn wir so hoch schwingen, dann bewirken wir unheimlich viel, und gerade, wenn wir das jetzt hier gemeinsam machen, wirklich lass zu, dass deine Energie, dein Licht, deine Liebe, deine Berufung, wirklich in dieses allgemeine Bewusstseinsfeld hineinfließt, und lass auch zu, dass das Berufungsfeld, dieses bewusste Berufungsfeld, dass es immer größer wird, immer größer und größer, und vielleicht spürst du auch, wie es sich immer mehr ausdehnt, und auch du, dehnst dich immer mehr aus, wenn du dir das erlaubst, bleib nicht klein, und lass dein Licht nicht klein sein, lass es größer werden, und immer größer und größer und größer, und dadurch, werden jetzt immer mehr Menschen, wirklich bewusst oder unbewusst, mit dem Berufungsvirus infiziert, immer mehr und mehr und mehr, und das strahlt aber auch auf dich zurück, und das verstärkt auch deinen Berufungsweg, das ist ja das Geile an dieser, an dieser, ja, an diesem Zusammenwirken, und nun kannst du noch mal, wenn du magst, laut oder leise, auch noch mal für dich, wirklich aus tiefstem Herzen, klar, deinen Willen und deine Bereitschaft, für deine Berufung aussprechen, ich bin bereit, meine Berufung zu leben, und ich lebe meine Berufung jeden Tag ein bisschen mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich bin voller Dankbarkeit, diesen bewussten Weg zu gehen. Ich lasse geschehen und genieße die Freude meines Seins. Das ist so fantastisch mit euch, ich liebe euch, ich liebe dieses Feld, und ich bin dankbar, begeistert, freudig, ich kann gar nicht mit Worten ausdrücken, es ist so schön und ich freue mich mega, 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 mega. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020